Wenn Frauen dort hinbleiben, um die Kanäle zu erzählen, dann muss die Stadt das immer als immer unerkennen und ihre Erzählungsräte honorieren. Wenn die Zukunft des Landes auf die Schölle von unserer Kanäle ist, dann brauchen wir eine richtige Schulreform und eine Chance für alle Kanäle. Wenn unsere Identität wirklich etwas wäre, dann muss die Lützebüge auch in Zukunft geschwärt werden. Deutschland steht für große Herausforderungen, aber auch alternativ Ideen und Reformen. Macht mit, auf der 7. Juni Eistlöscht Nummer 3. ADR – Lesungen für Lützebüge – Löscht 3